es ist fertig kann ich jetzt zu ihr das wird der großinquisitor entscheiden aber ihr habt gesagt meine worte spielen keine rolle nur die des großinquisitors aber sei versichert dass du ihm sehr wichtig bist ihr habt mir wehgetan ich muss mama finden es ist jetzt die vierte nacht in folge beim epischen wird das jemals enden auch wenn ich der rede wert nicht gut nicht auch 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 das ist ganz schön groß wo ist mama auch materie aller materie einzigartiges gold ich breche dich um den weg zu öffnen den weg zum blut des auserwählten auch 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 das nicht sie muss sagen ja die Der Körper des Großinquisitors wird vom Biss überwältigt. Ich habe Angst, dass er seinen Geist angreift. Keine Sorge, das Blut des Jungen wird das Gleichgewicht der Kräfte wiederherstellen. Ich werde dies unbeschadet überstehen. Ad Luca. Vorsicht! Hey, da unten! Das letzte Rad verdickt sich! Wir werden bald die Filter wechseln und die Behälter auskratzen müssen! 20 Fässer. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich, denn mehr können wir nicht produzieren. Es grenzt an ein Wunder, dass vitales Körper solche Mengen an Episanguis aufgenommen wird. Ich habe keine Angst, keine Angst! ...und durch die Stadt patrouillieren sollen. Bist du auf der Liste? Ja, ich bin auf dem Platz vor der Kathedrale. Oh, dann bist du gleich neben dem Großinquisitor, wenn er uns befreit. Und ich sitze hier... Komm schon, komm schon, sei mutig. Das Ende des Bisses, das wird ein Fest! Das Ende des Bisses, das wird ein Fest! Sehr gut. Keiner hat dich gesehen. Wie Meli. Wir rauchen. Wir verstecken mich. Verfluchter Episanguis Dampf. Ich werde noch blind von dem Zeug. Ganz sicher. Verdammt. 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 Es reicht. Ich verlange sofort, Vitalis zu sehen. Der Großinquisitor ist sehr beschäftigt. Beschäftigt? Ich bin der Erzbischof. Ich vertrete den Papst. Monseigneur, die Mission des Großinquisitors ist heilig. Seine Mission wurde nie von der Kirche abgesegnet. Ich sehe hier nichts als Ketzerei und Okkultismus. Und ihr, ihr alle... Mein Kopf. Psst. Leise. Lama, wo bist du? Das ist Wahnsinn. Oh nein, nein! Er darf mich nicht sehen! Warte ist... Oh nein, nein! Er darf mich nicht sehen! Magister, der Text erwähnt eindeutig die Himmelfahrt eines Kindes während der großen justinianischen Pest. Ich wusste es. Die römischen Adligen isolierten ihn von den Menschen und beteten ihn im Geheimen an. Vielleicht ein Vorfahr von Ugo de Rune. Weiter! Sie sprechen über mich. Wenn er das Land vom Biss befreit, gewinnt der Großinquisitor die Bewunderung der Leute und damit beispiellose politische Macht. Die Anwesenheit von Erzbischof Gautier sagt eine Menge. Der Hof des Papstes ist besorgt. Das sollte er auch. Er hätte eingreifen sollen, als er noch die Gelegenheit... Die Prima Macula. Pah. Das kann ich... Die Prima Macula. 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 Alles zu groß. Ach, nichts. Was? Ach, komm. Großinquisitor, der Erzbischof ist eingetroffen. Sehr gut. Bringt ihn herein. Vitalis. Wo sind wir, Guti? Hattet ihr eine angenehme Reise? Spart euch das Geplänkel. Wir sind eurer Spielereien müde, Vitalis. Spielereien, Erzbischof? Können Spielereien die Zukunft der Welt verändern? Hört ihr euch selbst reden? Ihr habt den Verstand verloren. Und das... Mit Verlaub. Es ist wichtig. Wir haben das Blut von Hugo de Rune. Habt ihr es untersucht? Ja. Jedoch, Monseigneur, der Junge sollte die erste Schwelle bereits erreicht haben. Doch etwas in seinem Blut scheint den Prozess zu verlangsamen. Die Makula ist noch in ihrem Ursprungszustand. Einerlei. Schenkt man den Büchern Glauben, wird mein Blut mit seinem verbunden sein. Erreicht er die nächste Schwelle, so werde ich sie mit ihm erreichen. Fahrt fort. Genug. Ihr mögt den Märtyrer spielen, aber erlaubt mir, euch die Augen zu öffnen. Ihr seid ein widerwärtiger Ketzer, dem die Macht zu Kopfe steigt. Der Papst sieht in euch eine Gefahr, Vitalis Benevant. Man wird euch exkommunizieren. Man kann einen Menschen exkommunizieren, Erzbischof. Doch keinen Heiligen. Eure Inquisition ist vorbei und ein neues Zeitalter bricht an. Eines sind die Marionetten wie ihr vor mir niederknien und um Vergebung betteln. Er ist hier. Ausgezeichnet. Seht nach, ob Beatrice Verun wieder bei Bewusstsein ist. Er macht mir Angst, aber ich muss ihm folgen. Warum wehrt sie sich so? Wir haben dasselbe Ziel. Wir bekämpfen auch die Pest. Nur unsere Methoden sind verschieden. Ihre Tochter begeht denselben Fehler. Ah. Na rück. Hey. Da drüben. Was ist das? Er macht mir Angst, aber ich muss ihm folgen. Warum wehrt sie sich so? Wir haben dasselbe Ziel. Wir bekämpfen auch die Pest. Nur unsere Methoden sind verschieden. Ihre Tochter begeht denselben Fing. Er macht mir Angst, aber ich muss ihm folgen. Warum wehrt sie sich so? Wir haben dasselbe Ziel. Wir bekämpfen auch die Pest. Nur unsere Methoden sind verschieden. Ihre Tochter begeht denselben Fehler. Ah. Na, was war das? Was ist denn das? Rührt euch. Ad Ignem. Ad Lukem. Also, habt ihr den Großinquisitor gesehen? Ja. Tja, da ist nichts. Das Blut des Trägers fließt in seinen Adeln. Die Beschwörung wird stattfinden. Wunderbar. Das Ende der Pest ist nah. In der Tat. Bleibt aber weiterhin wachsam. Das Ende des Trägers. Das Ende der Pest ist nun ... Entweder du da. Dix. Ich bin, was erinnert. Auch wenn ich mich nicht darauf hrative. Ich wache, was ich nicht darauf hžeine. Ich bin, wo ich nicht. Und du sei. Aber ich bin wirklich. Ich bin, was ich nicht. Hier bin, was ich nicht. Ist nicht ehrlich, was ich. Ich bin. Überst du sie nicht. Ich bin, ich bin. Ein Garten, der Himmel, wir können den Himmel sehen. Ein Garten, der Himmel, wir können den Himmel sehen. Glückwunsch zur Gefangennahme des Jon. Wir haben ihn wochenlang gesucht und dann taucht er einfach hier auf. Hä? Da hat sich was bewegt, glaube ich. Ein Garten, der Himmel, wir können den Himmel sehen. Glückwunsch zur Gefangennahme des Jon. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Er hat wohl Sinn für Humor. Den wir ihm austreiben werden. Da fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit dir machen? Ja geht, schnell! Ein Garten, der Himmel, wir können den Himmel sehen. Nikolaus, Glückwunsch zur Gefangennahme des Jon. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Pah! Er hat wohl Sinn für Humor. Den wir ihm austreiben werden. Da fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit dir machen? Wenn er mit ihm aus ihr, dann geht's. Wie ich bereits sagte, wurde diese Wache verschlungen. Doch nicht vollständig. Ihre Knochen wurden von den Ratten zerkleinert und weggeschafft. Zu welchem Zweck? Um sie in die Materie zu integrieren, die wir überall finden. Etwa ihre Nester? Sie bauen ihre Nester aus unseren Toten? Ganz recht. Und da die Leute sterben wie die Fliegen, werden die Nester am Ende ein riesiges Nest bilden. Wenn wir nichts unternehmen. Es ist nur eine Frage... Was war da, da ist der etwas damit? Oh, hallo, Seraten. Ähm, sag mal, eure Nase... Warum höre ich euch nicht wie die anderen? Ihr habt nichts von ihnen zu befürchten. Akribische Kreuzung und ein wenig Alchemie haben ihre Instinkte gezügelt. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstelle. Ah, gut. Hey Kleiner, hilf mir. Nein. Hilf mir. Was hat er denn nun schon wieder? Hey, stirb gefälligst leise. Wir arbeiten hier. Mir wäre es lieber, wenn er sich Zeit lässt. Die Ratten mögen Frischfleisch. Verdammt sollt ihr sein. Ihr werdet alle zur Hölle fahren. Ihr und eure verfluchten Ratten. Ah, ist nicht zu sehen. Na gut. Genießt die Ruhe. Da ist der, er geht Mama hoch. Euer Tod ist nicht das Ende. Euer Blut wird eine neue Rasse von Engeln nähren. Sie sollen eure Kinder sein. Euer Stolz. Das ist schrecklich. Wenn sie ihren Sohn mit einem Messer an der Kehle sieht, wird sie kooperieren. Senior Nikolas ist vorbeigekommen. Das wird schmerzhaft für die Dronen. Geschieht ihr recht. So eine gebildete Frau. Sie hätte sich uns anschließen sollen. Sie ist viel zu stur. Aber damit wird unser Folterknecht schon fertig. Sie muss in der Nähe sein. Wir können nicht weg. Ach, bitte. Lasst mich wenigstens da draußen sterben. Das würde dir nicht gefallen, glaub mir. Hier ist deine Leiche wenigstens noch für unsere Alchemisten von Wert. Du kannst dich glücklich schätzen. Ach, Dreckskerl. Hey, Kleiner. Was zum Teufel machst du hier ganz allein? Psst, ich muss meine Mama finden. Die Alchemistin? Gut, Herr Goethez. Du solltest nicht. Magistra der Ruh. Ihr redet mit Mama. Zum letzten Mal werdet ihr meine Fragen beantworten. Oder seid ihr vielleicht immer noch nicht über das Schicksal eures Garten hinweg? Nun, unser Folterknecht wird sich um euch kümmern. Ihr werdet eure Stimme im Nu wiederfinden. Oh nein, ihr kommt zurück. Schnell verstecken. Mama? Mama? Ugo? Aber... Sie haben... Amicia sagte, du bist tot, aber du lebst. Amicia. Mein Liebling. Du musst gehen. Wenn sie dich finden. Nein, ich bleibe bei dir. Oh, Ugo. Haben sie dir Blut abgenommen. Oh mein Gott. Hör zu, Ugo. Wir gehen zusammen. Doch du musst die Schlüssel finden. Sie müssen sie in der Kammer am Ende des Korridors aufbewahren. Kommst du dorthin? Gut. Dann los. Geh. Geh. Du musst sehr vorsichtig sein. Komm zurück, sobald du die Schlüssel hast. Wenn ich zurückkomme, muss alles bereit sein, damit wir beginnen können. Verstanden? Ja, Signor Nikolas. Na schön, du hast ihn gehört. Ich bereite alles vor. Die Alchemistin wird reden. Das wird dein Spaß. Mach einfach deine Arbeit. Der Wachhauptmann... Was ist es? Was war das? Du musst sehr vorsichtig sein. Komm zurück, sobald du die Schlüssel hast. Wenn ich überkomme, muss alles bereit sein, damit wir beginnen können. Verstanden? Ja, Signor Nikolas. Na schön, du hast ihn gehört. Ich bereite alles vor. Die Alchemistin wird reden. Das wird dein Spaß. Mach einfach deine Arbeit. Der Wachhauptmann mag keine Improvisationen. Und ich auch nicht. Ja, natürlich. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich muss sie loswerden. Also gut. Das könnte mir eine Beförderung einbringen. Eine Autorität. Ergebnisse. Nun denn. Das Recht muss effizient sein. Keine unnötige Spektagung. Keine unnötige Spektagung. So weich. Die Klingen sind geschliffen. Hammer, Zunge, Brentheisen, Säge. Alles bereit. Hab ich was vergessen? Wenn dabei ist, gehe ich besser. Wenn nur Amicia hier wäre. Nein, ich brauche sie nicht. Oh, die Ratten. Die haben alle Angst vor den Ratten. Wenn ich sie befreien könnte. Ja. Oh, der ist ein Schiff. Das ist für die Käfige. Was? Moment. Du musst sehr vorsichtig sein. Komm zurück, sobald du die Schlüssel hast. Muss alles bereit sein, damit wir beginnen können. Verstanden? Ja, Signor Nikolas. Was? Ich kann nicht sehen, was es war. Du musst sehr vorsichtig sein. Komm zurück, sobald du die Schlüssel hast. Du musst alles bereit sein, damit wir beginnen können. Verstanden? Ja, Signor Nikolas. Na schön. Du hast ihn gehört. Ich bereite alles vor. Die Alchemistin wird reden. Das wird ein Spaß. Mach einfach deine Arbeit. Der Wachhauptmann mag keine Improvisation. Und ich auch nicht. Ja, natürlich. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich muss sie loswerden. Also gut. Das könnte mir eine Beförderung einbringen. Mehr Autorität. Wenn nur Amicia hier wäre. Nein, ich brauch sie nicht. Nein, ohne die Schlüssel. Wachhauptmann-Dame. So war ich. Egal. Die Klingen sind geschliffen. Hammer, Zange, Brandäusen, Säge. Alles bereit. Hab ich was vergessen? Wenn der Hauptmann dabei ist, bin ich besser. Oh, der ist für die Käfige. Komm. Schnell, schnell. Hey, der Kälte ist kaputt. Scheiße. Ihr müsst weg. Bewegung! Sehr gut. Weg mit euch. Jetzt schnell der Schlüssel. Ich muss zurück. Ich muss die Ratten vertreiben. Laternen. Sie mögen keine Laternen. Oh, es funktioniert. Kusch. Nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Ja, siehst du Amicia, Mama wird... Au, mein Kopf. Hört auf zu schreien. Sie können immer noch durch. Ich muss sie da wegbekommen. Vielleicht mit der anderen Laterne. Vielleicht mit der anderen Laterne. Vielleicht mit der anderen Laterne. Hm. Geschafft, ganz allein. Mama, ich hab's geschafft. Sehr gut. Komm, schnell. Alles ist gut. Dir tut niemand mehr weh. Mein Held. Wie fühlst du dich? Dein Kopf? Sie, sie spricht jetzt mit mir die ganze Zeit. Und was sagt sie? Sie sagt, ich soll mich hier anschließen. Die erste Schwelle. Mama, ich hab Angst. Wir kommen hier nicht raus. Wir haben keine Wahl. Wenn ich bei dir bin, die Stimme, kannst du ihr antworten? Ligo, kannst du sie hören? Ja. Sie haben alle dieselbe Stimme. Sie tut mir im Kopf weh. Ignoriere sie nicht. Gib dich ihr völlig hin. Hab keine Angst. Ja. Alles ist gut. Jetzt sagst du ihnen, dass sie sich bewegen sollen. Alles ist gut. Jetzt. Sehr gut. Siehst du? Mein Kopf ist weg. Das war die Makula. Und du hast hier geantwortet. Lass uns gehen. Diese Schreie. Sie müssen wieder Ratten auf die Gefangenen losgelassen haben. Was zum Ratten? Nein! Nein! Lauf nur, du Feigling. Und du hast wohl Angst, was? Und du hast wohl Angst, was? Iko, das ist kein Spiel. Diese Kraft ist gefährlich. Du musst dich beherrschen. Ja, Mama. Ist das meine Krankheit? Du bist nicht krank, Iko. Es ist eine Gabe. Ich erkläre es dir später. Eine Gabe? Oh, Herr, ich werde langsam verrückt. Was zum Teufel machen die Ratten hier? Was zur Hölle ist passiert? Diese Straßen sind in sehr schlechtem Zustand. Wie sollen wir das liefern? Fehlt bloß noch, dass wir ein dieser Käfige verlieren. Sei vorsichtig. Schwerze Ratten, verdammt! Hilfe! Hey, da hat sich was... Unsere Straßen sind in sehr schlechtem Zustand. Wie sollen wir das liefern? Fehlt bloß noch, dass wir ein dieser Käfige verlieren. Sei vorsichtig. Schwerze Ratten, schwerze Ratten, verdammt! Hilfe! Bravo! Diese Ratten, was zum Teufel haben sie mit ihnen gemacht? Sie füttern sie mit Menschenblut. Wirklich? Ja, es ist komisch. Ich spüre die schwarzen Ratten, aber die hier nicht. Ich verstehe. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Was haben sie mit diesen Ratten vor? Ratten vor. Ratten vor. Geht es dir noch gut, Hugo? Ich fühle mich etwas seltsam. Es ist normal, dass du müde wirst. Sag mir, wenn es dir schlecht geht. Ja. Ja. Mama, warum kann ich das tun? Das Blut macht das. Es ist ein bisschen kompliziert. Aber Misia kann es nicht. Nein, ich erkläre es dir später. Wir haben uns gestritten, Mama. Nicht so schlimm, Liebling. Lass uns erst mal hier herauskommen, ja? Beatrice, ihr seid also wieder mit eurem Sohn vereint. Ich weiß, was ihr ihm angetan habt. Ihr habt, was ihr wolltet. Nun lasst ihn gehen. Ihr beleidigt mich, Madame de Rune. Euer Sohn ist der natürliche Träger der Makula. Und sie ist noch nicht mit ihm fertig. Ebenso wenig wie ich. Aber das wisst ihr. Vitalis, bringen wir es zu Ende. Nikolaus, ihr könnt das nicht verstehen. Du spürst es auch. Nicht wahr, mein Junge? Wir sind durch Blut verbunden. Was denkst du, Rügo? Deine Familie wächst. Ich flehe euch an. Ich helfe euch. Aber lasst meinen Sohn gehen. Sein Schicksal ist nicht, ein Deroen zu sein. Er gehört hierher. An meine Seite. Ihr seid ein Scheusserl. Ein Scheusserl? Madame, ihr habt ja keine Vorstellung. Tötet sie. Ich muss kurz am Schmerz los. Sag deiner Mann, liebe Wohl, Kleine. Tut ihr nicht weh. Oh nein. Habe ich ihn getötet? Es tut mir leid, Ligo. Angriff. Tötet sie. Mama, was soll ich tun? Ich kann es. Hör auf. Er ist doch mein Kind. Ich habe alles zu Hause. Ich bin nach Hause. Du hast kein Zuhause mehr. Du gehörst uns. Wacht. Mit euch beginnt die Beschwörung. Die Zukunft geht von euch ab. Warum tut ihr das? Rundschütze. Lass mich in Ruhe. Lass mich gehen. Ligo. Hör auf meine Stimme. Du musst durchhalten. Ich bin hier. Lutzlose Nacken. Eine Belohnung für denjenigen, der sie tötet. Ich weite, Ligo. Halte durch. Sie reagiert. Wacht weiter. Hört auf, ihn zu quälen. Ich werde euch alles sagen, was ihr wissen wollt. Schwing. Wie kommt's? Hey, du möchtest schwinge. Ja. Verschwinge sie. Die Schwinge. Hör auf. Überschreite sie. Nein, Ugo. Hör nicht auf ihn. Komm zu mir. Ich bin bereit zu sterben. Es wird meine Ehre sein. Nichts, Gerdus. Genug. Ugo. Sag doch was. Ugo. Kannst du mich hören? Nein. Er ist mächtig. Doch hat er die Schwelle noch nicht, wie er hofft, erreicht. Wisst ihr warum? Amicia. Wegen Amicia? Wie lästig. Doch es dauert nicht mehr lange. Und wir haben noch andere Trümpfe auf der Hand. Bringt sie fort. Lasst ihn in Ruhe. Was wollt ihr denn noch? Viel mehr. So viel mehr. Und ihr werdet bei mir bleiben. Damit ich es auch bekomme. Keine Bange, Ugo. Ich glaube an dich. Wir werden unser Ziel erreichen.